Verläuft Evolution langsam, unmerklich und in kleinen Schritten oder macht die Natur doch große Sprünge und Evolution verläuft schneller als gedacht? Darwin, wie übrigens die meisten Menschen im viktorianischen England, war Teil einer Kultur, die an Fortschritt und allmähliche Veränderungen glaubte. Von den Revolutionen in Frankreich und Amerika erschüttert, vertraten die Briten stattdessen die Auffassung, dass langsame, stetige Veränderungen das beste Modell für gesellschaftliche Veränderungen und Reformen seien. Als enger Freund und Schüler von Charles Lyell wollte Darwin Lyells Ansatz der allmählichen uniformen Umwandlung der Erde auf die Biologie ausweiten. Darwin war also ein Anhänger des Gradualismus. Darwins Freund und Förderer Thomas Huxley mahnte jedoch, dass Gradualismus kein notwendiger Bestandteil der Evolutionstheorie sein muss. Im Laufe des Jahrhunderts nach Darwin versuchten Paläontologen zu belegen, was Darwin erwartet hatte. Einige wenige Beispiele für sich scheinbar allmählich entwickelnde fossile Sequenzen wurden dokumentiert, aber im Allgemeinen wurden interessanterweise nicht viele gefunden. Hinzu kam, in der Mitte des 20. Jahrhunderts dominierten in der Evolutionstheorie die Gedanken der neu aufstrebenden Genetik und wichtige Felder wie Entwicklungsbiologie und Paläontologie wurden in den Hintergrund gedrängt. Man stellte sich vor, dass evolutionäre Änderungen jederzeit während der Existenz einer Art stattfinden können. Erscheinen in der paläontologischen Überlieferung dennoch Formen mit neuen, scheinbar plötzlich also sprunghaft entstandenen Merkmalen, dann erklärten sie dies mit Lücken in der fossilen Aufzeichnung. Eine Gruppe von Paläontologen um Stephen Jay Gould und Nils Eldredge legte Anfang der 1970er Jahre eine Alternative vor, mit der Begründung, dass fast nirgendwo im Fossilbericht graduelle Änderungen zu sehen sind. Das Fehlen dieser graduellen Änderungen sei aber nicht das Ergebnis eines lückenhaften Fossilberichtes, sondern die paläontologischen Daten deuten darauf hin, dass Evolution punktuell verläuft. Demnach hätte eine gerade entstandene Art ihren charakteristischen Phänotyp schnell entwickelt und danach aber im Lauf ihrer weiteren Existenz nicht wesentlich verändert. In den Fällen, in denen die fossile Überlieferung gewisse Muster eines langfristigen Trends erkennen lässt, zum Beispiel die Größenzunahme einer Stammgruppe, lässt sich oft folgendes Muster erkennen. Langfristig existierende Arten, mit denen nicht viel passierte, diese Phase nennen wir Stasis, können plötzlich verschwinden und werden durch eine oder mehrere nahverwandte Arten ersetzt. Während ihrer ereignislosen Existenz sind die Arten zwar nicht völlig unveränderlich, aber es sind keine eindeutigen Trends erkennbar. Ihre morphologischen Werte oszillieren chaotisch um den Anfangszustand. Es entsteht der Eindruck, dass bedeutende morphologische und wohl auch ökologische Veränderungen mit der Aufspaltung der alten Arten in Tochterarten verbunden sind. Gold und Eldredge nennen ihre Theorie Punctuated Equilibrium, zu Deutsch Theorie des unterbrochenen Gleichgewichts, oft auch als Punktualismus abgekürzt. In der Paläontologie gibt es eine Vielzahl solcher Beispiele. Wie eine fossile Überlieferung üblicherweise aussieht, zeigen die evolutionären Beziehungen von 18 Arten Marinamos-Tiere, also Stamm der Bryozoa, der Gattung Metrarabdotus während der letzten 20 Millionen Jahre. Nichts weist hier auf größere morphologische Veränderungen innerhalb der Art hin, obwohl es manche von ihnen geschafft haben, sich in der fossilen Überlieferung über mehrere Millionen Jahre zu erhalten. Einige Biologen versuchten, diese Stasis mit Mechanismen wie der stabilisierenden Selektion zu erklären. Das ist die Selektion gegen die Extreme einer Population und einer Verstärkung der mittleren Tendenz. Aber dies erklärt nicht, wie einige fossile Populationen über Millionen von Jahren gut dokumentierter klimatischer Veränderungen, die sicherlich ein starker Selektionsdruck sind, nahezu unverändert überdauern, wie es eine Reihe von Studien dokumentiert. Wie Gould feststellte, deutet das Fortbestehen fossiler Arten über Millionen von Jahren intensiven Selektionsdrucks darauf hin, dass sie nicht unbegrenzt durch Selektion formbar sind, sondern stattdessen über eine Integrität oder eine Art internen, homöostatischen Mechanismus verfügen, der den meisten externen Selektionen widersteht. Dies ist ein radikaler Gedanke für die Evolutionsbiologie, der noch immer heftig umstritten ist. Für Paläontologen war diese Tatsache jedoch nicht so verblüffend wie für Biologen. Obwohl die Paläontologen ein Jahrhundert lang versucht hatten, den Darwin'schen Gradualismus in den Fossilien zu finden, war es die Stasis und das abrupte Auftreten fossiler Arten, die die Biostratigraphie so gut funktionieren ließen. Wenn sich alles allmählich entwickeln würde, wäre es ein großes Problem, wie man eine sich allmählich verändernde Abstammungslinie in nicht willkürliche Artsegmente aufteilen könnte. Alle Paläontologen wussten, dass die praktische Welt des Fossilien-Sammelns selten ein solches Dilemma mit sich brachte. Die älteste Wahrheit der Paläontologie besagt, dass die überwiegende Mehrheit der Arten im Fossilbericht vollständig ausgebildet ist und sich während der langen Zeit ihres späteren Bestehens nicht wesentlich verändert. Die durchschnittliche Zeitspanne für die Arten wirbelloser Meerestiere liegt zum Beispiel bei 5 bis 10 Millionen Jahren. Mit anderen Worten, ein geologisch abruptes Auftreten, gefolgt von einer anschließenden Stabilität. Der Punktualismus gehört zu den am heißesten debattierten Theorien in der Paläontologie bzw. Evolutionsbiologie, aber auch zu jenen, die am meisten missverstanden werden und besonders von Evolutionsgegnern stark verzerrt oder verfälscht werden. Hier soll es darum gehen, die Theorie des Punktualismus in den richtigen Kontext der Evolutionsforschung zu stellen. Denn es handelt sich dabei nicht um eine antievolutionäre Theorie, sondern bezieht sich eigentlich eher auf Evolutionsgeschwindigkeiten. Punktualismus und Saltationismus Die Theorie wendet sich gegen den sogenannten phylletischen Gradualismus, welcher nach Gould und Eldredge eine langsame und mit konstanter Geschwindigkeit fortschreitende Transformation biologischer Arten annimmt. Im Gegensatz dazu wechselt im Punktualismus ein mit Stasis, also Stillstand bezeichneter zeitlicher Abschnitt, in dem Arten nur ein geringes Ausmaß an morphologisch auffälliger Veränderung erkennen lassen, mit einem schnellen Wandel ab. Schneller Wandel ist dabei, da es sich auf geologische Zeiträume bezieht, nicht unbedingt schnell für menschliche Verhältnisse im Sinne des Alltagsgebrauches gemeint. Des Weiteren setzt die Theorie des Punktualismus nicht unbedingt große und plötzliche, also sprunghafte Änderungen voraus. Damit ist der Punktualismus kein Saltationismus. Ein bekannter Vertreter des Saltationismus war der Entwicklungsbiologe Richard Goldschmidt. Den Saltationisten zufolge verlaufen die größeren Evolutionsveränderungen von einer Generation zur anderen sprunghaft durch Makromutationen. Durch solche Hopeful Monsters sollten morphologische Änderungen, zum Beispiel die Entwicklung von Flügeln aus Armen, innerhalb von wenigen Generationen stattfinden. Stephen Jay Gould hat dieser Interpretation widersprochen und betont, dass der Punktualismus im Rahmen der synthetischen Evolutionstheorie steht und hat einen Bezug des Punktualismus zu Goldschmidt's Hypothese verneint. Die Änderungen, die im Augenblick des Umbruchs verlaufen, müssen nicht größer sein als die von den Gradualisten angenommenen Mutationen. Der Unterschied liegt nur in der zeitlichen Verteilung der Evolutionsereignisse, nicht in ihrer Größe. Während die Gradualisten relativ konstante Mutationsraten annehmen, gehen die Befürworter des Punktualismus davon aus, dass lange Perioden der Ereignislosigkeit von Phasen mit Evolutionsänderungen durchsetzt sind. Punktualismus und Artbildung Dass der Fossilbericht eine punktuelle Evolution statt einer Konstanten aufzeigt, kann Ursache des Artbildungsprozesses sein. In den 1940er und 50ern entwickelten Biologen wie Ernst Mayer, wie neue Arten entstehen können. Darwin war davon ausgegangen, dass man zur Erklärung des Ursprungs der Arten, wie in seinem Titel, nur die Umwandlung von Abstammungslinien benötigte. Mitte des 20. Jahrhunderts war jedoch klar, dass das eigentliche Problem bei der Artbildung die Aufspaltung von Abstammungslinien in zwei oder mehr neue Arten war. Feldbiologen, die das Zusammenspiel von Arten in der Natur beobachteten, stellten fest, dass Arten durch reproduktive Isolation definiert sind, das heißt, verschiedene Arten können sich nicht erfolgreich miteinander kreuzen. Ernst Mayer stellte bei der Untersuchung von Vögeln in Neuginea fest, dass die meisten Arten unterschiedliche, sich nicht überschneidende geografische Verbreitungsgebiete hatten und dass Inseln oft eigene Arten beherbergten. Daraus schlug er das Modell der allopatrischen Artbildung vor. Neue Arten entstehen durch die Isolation einer Population in mehrere Teilpopulationen. Diese können durch die Isolation, zum Beispiel geografische Barrieren wie ein Fluss oder Gebirge, ihre Gene nicht mehr untereinander austauschen. Die Populationen sind isoliert, akkumulieren verschiedene Mutationen und entwickeln sich unabhängig voneinander. Verschwinden Isolationsbarrieren und die Teilpopulationen begegnen sich wieder, pflanzen sich aber nicht untereinander fort, entstehen neue biologische Arten. In den 1940er Jahren hatten Studien über Züchtungen und Genfluss gezeigt, dass große Populationen gegen evolutionäre Veränderungen resistent sind, weil die ungewöhnlichen Gene jeder neuen Variante durch Kreuzung mit den normalen Mitgliedern der übrigen großen Population schnell verdünnt werden. Aber kleine Populationen können sich in relativ kurzen Zeiträumen dramatisch verändern. Wenn zum Beispiel eine Population oder auch nur ein einziges schwangeres Weibchen einen isolierten Ort wie eine Insel erreicht, werden alle seltenen genetischen Mutationen bald dominant, da alle Inselbewohner ihre Nachkommen sind. Dieser Effekt ist nicht auf Inseln beschränkt. Kleine Populationen auf dem Festland können sich genetisch unterscheiden, wenn sie sich nicht mit anderen Populationen vermischen. Religiöse Sekten wie die Amisch in Pennsylvania weisen beispielsweise eine hohe Häufigkeit ungewöhnlicher Mutationen auf, weil sie eine kleine isolierte Population, die stark durch Inzucht geprägt ist, sind und nur wenige Nicht-Amische konvertieren und in die amische Bevölkerung einheiraten, um den Genpool aufzufüllen. Aus diesen Studien schloss Mayer, dass kleine Populationen am Rande der Hauptpopulation, sogenannte periphere Isolate, die wahrscheinlichste Quelle für neue Arten sind. Mitte der 1950er Jahre wurde dieses Modell der allopatrischen Artbildung von fast allen Biologen weitestgehend akzeptiert, mit Änderungen, da immer mehr Ausnahmen auftraten. Überraschenderweise kamen die Erkenntnisse der allopatrischen Artbildung bei den Paläontologen noch nicht an. Es waren erst Gould und Eldredge, die das Modell der allopatrischen Artbildung auf den Fossilbericht anwendeten. Wir können uns das Prinzip des Punktualismus wie folgt am Beispiel einer Molluskenpopulation vorstellen. Erstens beginnen wir mit der Stasis. Eine Molluskenpopulation befindet sich im Stillstand, lebt, stirbt und wird alle paar hunderttausend Jahre versteinert. Nach diesen Fossilien zu urteilen, scheint es kaum eine beobachtbare Veränderung zu geben. Zweitens, dann kommt es aber zur Isolation. Ein Rückgang des Meeresspiegels bildet einen See und isoliert eine kleine Anzahl von Mollusken vom Rest der Population. Das führt drittens zu einer starken Selektion und schnellem Wandel. Die kleine isolierte Population erfährt aufgrund der neuartigen Umwelt und der geringen Populationsgröße eine starke Selektion und rasche Veränderungen. Die Umwelt in dem neu entstandenen See übt einen neuen Selektionsdruck auf die isolierten Mollusken aus. Außerdem bedeutet ihre geringe Populationsgröße, dass die genetische Drift ihre Evolution beeinflusst. Die isolierte Population unterliegt einem schnellen evolutionären Wandel. Dies beruht auf dem Modell der peripatrischen Artbildung. Und dieses Diagramm zeigt, dass sich die große Population über viele Generationen hinweg nicht oder kaum verändert, während die isolierte Population eine verlängerte Schale entwickelt. Viertens, Fossilien, die Übergangsformen repräsentieren, sind aufgrund ihrer relativ geringen Populationsgröße, des schnellen Tempos der Veränderungen und ihrer isolierten Lage nicht erhalten. Wir sehen hier Schnecken auf dem Meeresboden. Während die isolierte Population längliche Schalen hat, sind diese jedoch in den darunterliegenden fossilen Schichten nicht erhalten. Fünftens, dann kommt es zur Wiederansiedlung. Der Meeresspiegel steigt und bringt die isolierten Mollusken mit ihrer Schwesterpopulation wieder zusammen. Bei höherem Meeresspiegel können die beiden Molluskenpopulationen wieder zueinander finden. Sechstens, die isolierte Population dehnt sich in ihr früheres Verbreitungsgebiet aus. Eine größere Populationsgröße und eine stabile Umwelt machen evolutionäre Veränderungen weniger wahrscheinlich. Der ehemals isolierte Zweig des Molluskenstamms kann seine Vorgängerpopulation verdrängen, sodass diese ausstirbt. Während im Unterwasserbereich es also nur Schnecken mit länglichen Schalen gibt, enthalten die darunterliegenden stratigraphischen fossilen Schichten nur Individuen mit kurzen Schalen. Und siebtens, eine größere Populationsgröße und ein größeres Verbreitungsgebiet bringen uns zurück zu Schritt 1, der Stasis mit gelegentlicher Fossilerhaltung. Im Unterwasserbereich gibt es nur langgestreckte Molluskenhäuser. Die oberste stratigraphische Schicht enthält ebenfalls langgestreckte Molluskenhäuser. Die unteren und damit älteren vorherigen Schichten enthalten aber nur die kurzen Molluskenhäuser. Wenn das Modell der allopatrischen Artbildung auf den Fossilbericht angewandt wird, sollten wir keine Artbildung in den Fossilien der Hauptpopulation erwarten. Stattdessen sollte die Artbildung in kleinen, peripher isolierten Populationen stattfinden, die aber kaum eine Möglichkeit haben, Fossilien zu werden. Darüber hinaus haben alle Daten aus der Biologie gezeigt, dass dieser Prozess der Artbildung typischerweise in wenigen Hunderten bis Tausenden von Jahren abläuft, was für Paläontologen ein geologischer Wimpernschlag ist. Der Altersunterschied zwischen zwei Schichtebenen beträgt oft viele tausend Jahre. Daher ist nicht zu erwarten, dass die allmählichen Übergänge zwischen den Arten sehr oft erhalten bleiben. Stattdessen erwarten wir neue Arten, wenn sie nach ihrer Isolierung und Artbildung wieder in die Hauptpopulation einwandern. Mit anderen Worten, sie würden plötzlich im Fossilbericht auftauchen. Sobald sie sich etabliert haben, würde die Artbildungstheorie vorhersagen, dass die Hauptpopulation stabil bleibt und sich im Laufe der Zeit nicht allmählich verändert, sondern dass ständig neue Arten in der Peripherie auftauchen und in das Stammgebiet zurückwandern. Punktualismus und Kreationismus Natürlich reiben sich Kreationisten heftig die Hände und missinterpretieren die Theorie des Punktualismus als ein Beweis dafür, dass Evolution nicht stattfinde und die Arten plötzlich erschaffen worden seien. Punkt Nummer 3 kommen wir zu etwas, was man ein bisschen mehr anfassen kann, zur Paleontologie. Die Fossilienfunde zeigen ein abruptes Aussehen und es fehlen im Allgemeinen Zwischenfossilien. Das allgemeine Muster von dem Fossilienbestand ist ein Muster von abrupten Explosionen, neuer biologischer Formen und mögliche Kandidaten für evolutionäre Übergänge sind die wenige Ausnahme, nicht die Regeln. Dies wurde von vielen Paleontologen wie Ernst Marie erkannt, der erklärt hat, dass Arten in der Regel plötzlich in Fossilien vorkommen und nicht durch eine Reihe von Zwischenproduktionen und Vorfahren verbunden sind. In ähnlicher Weise stellt ein zoologisches Lehrbuch fest, dass viele Arten über Millionen von Jahren praktisch unverändert blieben und dann plötzlich ganz verschwinden, um durch eine ganz andere, aber verwandte Form ersetzt zu werden. Darüber hinaus tauchen die meisten größeren Tiergruppen plötzlich in den Fossilienaufnahmen auf. Vollständig ausgebildet und ohne, dass bisher Fossilien entdeckt wurden, die einen Übergang von ihren Elterngruppen bilden. Dieses Muster steht im Gegensatz zu dem, was man von der darwinistischen Evolution erwarten würde. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen und werden so interpretiert, dass Gould und Eldredge behaupten, es gebe keine Übergangsformen oder dass die Fossilaufzeichnungen keine Beweise für die Evolution liefern. Typischerweise ziehen diese Zitatejäger einen einzelnen kurzen Abschnitt aus einem längeren Zitat heraus, der genau den gegenteiligen Eindruck von dem vermittelt, was der Autor wirklich gesagt hat. Eine solche Praxis deutet darauf hin, dass die Kreationisten entweder nicht lesen können, das gesamte Zitat nicht verstehen oder absichtlich versuchen, ihre eigenen Leser zu täuschen, indem sie behaupten, Gould und andere hätten etwas gesagt, was in Wirklichkeit das Gegenteil von dem ist, was gemeint war. Was dann wiederum bedeutet, dass Kreationisten unehrlich und betrügerisch sind. Die Seite talkorigins.org dokumentiert eine Vielzahl solch Quote-Mining durch die Kreationisten. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber widerlegt denn das Konzept des Punktualismus die Existenz von Übergangsformen im Fossilbericht und damit die Evolution? Nein. Wichtig ist zu verstehen, was Evolutionsbiologen mit Übergangsformen meinen. Aufgrund der allopatrischen Artbildung und der Seltenheit, dass Fossilien überhaupt entstehen können, sind Art-zu-Art-Übergänge vergleichsweise gering. Über 99% aller Lebewesen sind im Verlauf der Erdgeschichte ausgestorben und nur ein winziger Bruchteil davon wird zum Fossil. Um mal mit Zahlen zu bombardieren. Heute sind etwa 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten wissenschaftlich beschrieben. Die tatsächliche Anzahl heute lebender Arten dürfte aber fast astronomisch größer sein, denn regelmäßig werden neue Arten entdeckt und beschrieben. Wenn wir davon ausgehen, dass 10 Millionen Arten unsere heutige Erde bevölkern und im Verlauf der Erdgeschichte 99% aller Arten ausgestorben sind, brachte die Evolution eine Milliarde unterschiedlicher Arten hervor. Mindestens. Doch wie viele dieser ausgestorbenen Arten werden zu einem Fossil? Bis 1999 sind rund 250.000 fossile Arten wissenschaftlich beschrieben worden. Runden wir über 20 Jahre später auf 300.000 auf. Das heißt, nur ein Bruchteil aller Arten wird überhaupt zum Fossil und es wird zumal auch nicht jedes Fossil entdeckt. Folgerichtig, wenn nicht alle Arten fossilisieren und wir nicht alle Fossilien entdecken, ist es sehr vage zu behaupten, Fossil X ist der Vorfahre der heute lebenden Art Y. Ein wichtiges Konzept ist hier die Unterscheidung zwischen einem linearen und einem kollateralen Vorfahren. Ein linearer Vorfahre ist einer unserer direkten Vorfahren. Mutter, Vater, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Ein kollateraler Vorfahre hat einen gemeinsamen Vorfahren mit uns, aber wir sind nicht die direkten Nachfahren. Das wären sowas wie Onkel, Tante, Großonkel, Großtanten und so weiter. Bei den Fossilien sprechen wir oft davon, dass ein bestimmtes Fossil nicht direkt von einem anderen Organismus abstammt, sondern anatomische Merkmale aufweist, die darauf hindeuten, dass es mit ziemlicher Sicherheit ein kollateraler Vorfahre ist oder eine Schwestergruppe oder ein nächster Verwandter. Wenn ein Ahnenforscher zum Beispiel meinen Familienstammbaum untersuchen will und meine Cousine und meinen Großonkel ausfindig machen kann, nicht aber meine Eltern, so ist ja nicht abzustreiten, dass sie mit mir verwandt sind, auch wenn ich nicht von ihnen abstamme. Und nur, weil man meine Eltern nicht findet, heißt es doch nicht automatisch, dass ich durch einen göttlichen Akt geschaffen wurde. Genauso verhält es sich mit dem Fossilbericht. Wenn wir Fossilien finden und sie verwandtschaftlich in die Nähe heute lebender Arten rücken, sagen wir damit nicht, dass wir genau den Vorfahren entdeckt haben, der direkt zur untersuchten heute lebenden Art führte. Wir sagen lediglich, dass dieses Fossil eine Reihe von Merkmalen mit heute lebenden Arten hat, die auf eine gemeinsame Abstammung hindeuten. So können wir zum Beispiel sagen, dass Vögel von Theropoden-Dinosauriern abstammen und dass Archäopteryx dafür ein Beispiel ist. Wir sagen aber nicht, dass die Art Archäopteryx lithographica der lineare Vorfahre aller heute lebenden Vögel ist. Was wir also durchaus tun können, ist den evolutionären Übergang von Großgruppen nachzuweisen. So gibt es Übergänge zwischen Fischen und Landwirbeltieren, Amphibien und Reptilien, Reptilien und Vögeln, Reptilien und Säugetieren und so weiter und so fort. Eigentlich gibt es zwischen jeden Großgruppen im Tierreich eine Menge von Übergangsformen, die eine Brücke zwischen diesen Großgruppen bauen. In einigen Fällen sind sogar Art zu Art Übergänge dokumentiert. Kesslin Hunt hat auf der Seite talkorigins.org zwischen 1994 und 1997 eine Liste fossiler Übergangsformen bei Wirbeltieren erstellt. Der Titel dieser Liste trägt den Namen Transitional Vertebrate Fossils FAQ. Bedenkt, dass diese Seite mittlerweile über 20 Jahre alt ist und sich in diesen zwei Jahrzehnten viel in der Paläontologie getan hat, gerade auch was Neuentdeckungen bei Fossilien angeht. Dennoch ist diese Liste eine schöne Quelle für diejenigen, die Interesse daran haben, solche Übergangsformen zu sehen. Schwächen des Punktualismus Jedoch hat die Theorie des Punktualismus auch ihre Grenzen. Die Stasis in fossilen Material kann nur schwerlich enthüllt werden, weil wir nur die fragmentierte Morphologie sehen. Anders ausgedrückt, wir finden von den Fossilien die Knochen, Schalen und Abdrücke, jedoch sehr selten Weichgewebe, Genome, Färbungen oder gar das Verhalten. So können sich Arten über einen langen Zeitraum vielleicht in morphologischer Sicht kaum oder gar nicht verändert haben. Es kann aber durchaus sein, dass sie sich in Färbungen, Verhalten oder molekularbiologisch stark verändert haben. Es ist aber im Fossilbericht nicht überliefert. Ein gutes Beispiel zeigt die Untersuchung sogenannter lebender Fossilien, also Arten, die sich von ihren Vorläufern kaum verändert haben bzw. sehr viele ursprüngliche Merkmale beibehalten haben. Hier sei ein Beispiel erwähnt. Die Brückenechse, Sphenodon punctatus. Sie ist die einzige Art der Familie der Sphenodontide und lebt auf Neuseeland. Ihrer Erscheinung nach erinnert sie an eine Eidechse. Doch beide gehören zu verschiedenen phylogenetischen Gruppen innerhalb der Lepidosaura. Echsen wie Warane, Geckos, Skinke, Chamäleons und Eidechsen gehören zusammen mit den Schlangen in die Gruppe der Squamata. Ihre Schwestergruppe bilden die Sphenodontia. Ein entscheidendes morphologisches Merkmal, was die Sphenodontia von den Squamata unterscheidet, ist die Existenz eines unteren Schläfenbogens im Schädel. Die Absiden, zu denen alle Reptilien und auch die Vögel gehören, verfügen ursprünglich über zwei Schläfenfenster im Schädel. Die Schläfenfenster sind durch Schläfenbögen voneinander abgetrennt. Im Verlauf ihrer Evolution haben sich diese aber mehrfach umgebildet. Bei den Squamata hat sich der untere Schläfenbogen reduziert, bei den Sphenodontia nicht. Die Sphenodontia hatten ihre Blütezeit in der Trias und im Jura. Die neuseeländische Brückenechse ist der heute noch einzig lebende Vertreter dieser früher so vielfältigen Gruppe. Morphologisch hat sich die Brückenechse kaum von ihren Vorfahren verändert. Sie ist vom Skelett her klar als Mitglied der Gruppe der Sphenodontia zu erkennen. Ihr Genom weist jedoch eine außerordentlich hohe Geschwindigkeit der molekularen Evolution auf. Auch die Schimpansen, die dem gemeinsamen Vorfahren von Schimpansen und Menschen sicherlich stärker ähneln als wir, haben eine schnellere molekulare Evolution als wir Menschen. Das heißt, dass sich molekularbiologisch durchaus bei diesen Arten etwas geändert hat, diese aber keine Auswirkungen auf die Morphologie haben. Genauso kann vermutet werden, dass zwar die fossilen Arten morphologisch in einer Phase der Stasis waren, ihr Genom aber eine starke Evolutionsgeschwindigkeit aufweisen könnte. Fassen wir zusammen. Der Punktualismus verbindet die Theorie der allopatrischen Artbildung mit dem Fossilbericht. Die Bildung neuer Arten läuft in kleinen isolierten Populationen schneller ab. Diese haben aber eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, zum Fossil zu werden. Das spiegelt sich im Fossilbericht wieder. Der Punktualismus ist auch kein Saltationismus. Er erfordert keine Makromutation, bei der neue Merkmale quasi von einer Generation zur nächsten auftreten. Es wird also nicht von einer Generation zur nächsten aus einem Arm ein Flügel. Der Punktualismus sagt lediglich aus, dass sich in kleinen Populationen kleine Mutationen schneller verbreiten können als in großen. Der Punktualismus sagt vor allem auch nicht aus, dass im Fossilbericht Übergangsformen von einer Tiergruppe zur anderen fehlen und Evolution daher unmöglich sei. Im Gegenteil, er bekräftigt, dass durch die Seltenheit zum Fossil zu werden, wir Art-zu-Art-Übergänge eher selten finden werden. Dies trifft aber auf die Verbindungsglieder in der Großgruppensystematik definitiv nicht zu.